Der Kaffee von Brudergast, der Kaffee ist als Kopfschmerz. Der Kaffee ist in der Region der Römer. Besucherinnen und Spirale von die Bündner von Kaffee ist ein Anstattung für das Römer. Das sind die Orginalfahrer und Fahrerinnen, die unterwegs sind in der Kriminalität. Und die Vorländer übernehmen die Vöhrer. Erik ist vorne mit dabei, aber die Startnummer von 541 ist auf Platz 1 unterwegs. Erik Schwarz ist vorne mit dabei. Auch der 2-Bündner ist zu. Noch einmal das West-Institut mit Christian. Und dann kommt Erik für die Vorländer. Ganz amerikanisch aus Grimmel. Das wird noch einmal eine ganz Ege-Prisse überlegt. Selte Kladius greift hin und auf Selte 9. Die Kladius greift hin und auf Selte 9. Team Vorländer, die Startnummer hoch und runter rein und kurz durch. Und weiter vorne, Challenge Schwarz für die Christian. Auf der 2. Position. Elegal frei. Die 637. Und noch die Bündner von Kladius. Auf der 4. Position. Fünfter Blatt. Kressel. Gleich unter. Unser Stück. Hier im Fahrzeug. Action. Und. Wechsel Kressel. Und noch eine Betriebe über. Trägen sich noch einmal. Dort hinter. Letzte Runde für das Team Vorland. Sieht oben. Und weiterhin mit ihrem Fahrzeug. Auf Position. Und jetzt sind wir noch auf der 2. In der Ecke. Das Team Vorland hat noch auf 3. Die Kladius. Auf die 3. Die Ungarn der Weltwohnung. Die Kladius. Weit abgeschlagen. Für die 4. Und ich höre auf. Der 3. Daniel. Und vom Team Vorland. Die 669. Mit Brunnen. In Teamfighting. Geht nach oben. Jenny Schwarz. Holt sich noch einmal. Platz 1. Rücks. Auf der 2. Die Kladius. Er hat noch einmal rausgekickt. Von Erich. Aber der sitzt jetzt selber fest. Bescheint ist. Tracy gleich vor uns. Holt sich den dritten Platz. Oh. Das ist nicht wahr. Das war noch einmal ein Angriff vom Team Vorland. Er wollte an das Kladius' Team noch einmal vorbeigehen. Hier holt sich jetzt den 4. Platz. Die Ungarn der Weltwohnung auf der 5. Und die volle Lauf der 6. Und die Richard alles zu riskieren.